So, die Season dauert jetzt noch 9,5 und 22 Stunden, aber ich habe die Season Rewards schon erhalten. Das sind alle Drops, die ich habe und öffnen werde und das beste Item geht an einen von euch. Viel Spaß. Let's go. Nix. Jetzt zum seltenen Drop. Wie lief eigentlich eure Season 5? Habt ihr euren Rang erreicht, den ihr haben wolltet oder seid ihr noch zu weit weg? Oh, sehr selten. Oh, ein Import mal. Das ist das beste Item bisher. Kann man nix gegen sagen. Ein weißer Octane wäre natürlich besser, ne? Oha, ein Scarab. Willst du sagen, ich bin fett oder was? Direkt zweimal am Moment. Ah ja, darauf erst mal ein Ei, ne? Oh, der zweite Import. Ein Breakout in Orange, das ist das beste Item bisher. Ich hoffe, einer von euch hat Bock auf einen orangenen Breakout. Das ist nicht schlecht. Yo, das passt zu meinem Autodesign. Einfach Maxi-Fall. Sehr selten. Alien-Schleim. Oh, der dritte Import. Alle guten Dinge sind drei. FSL. Nö. Jäger. Das waren die seltenen Drops. Auf zu den sehr seltenen Drops. Jetzt wird's exciting. Sehr selten. Nice. Ziii. Breakout. Dogmatrix. Okay. Jetzt der entscheidende Drop. Ein Black Market incoming. Let's go. Oh, Exotic, das erste. Hypnotic. Normal. Ja, wenn ihr den Breakout gewinnen wollt, kommt auf meinen Discord und nimmt an diesem jetzt laufenden Gewinnspiel teil. Als kleines Dankeschön für euch. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Knipser ist raus. Wir sehen uns im nächsten Video.